So und damit wieder mal willkommen zu Lerders Play Germany und zwar spielen wir Aladdin 2 auf dem Mega Drive zu dieser Sega Genesis. Aladdin 2. Pasch da. So, da fängt er schon direkt an. Wie man hier so direkt sehen kann, ist einfach ein Jump'n'Run. Ganz ähnlich wie auf dem Super Nintendo, das Aladdin. Wobei man direkt hier merkt, die Musik ist nicht sehr toll. Das Mega Drive Soundchip ist nicht das schönste, aber das Aladdin-Spiel ist echt super. Je nachdem, was den Geschmack man hat, wird man behaupten, dass das besser ist als die Super Nintendo-Version. Wobei ich eher die Super Nintendo-Version mehr mag. So, vor allem wegen der Musik. Einfach mal runter, yay. Hopp, ups. Ich brauche Brot, komm. Hä? Ah, der hat mich doch getroffen. Halt dich doch fest. Ja. Also die Sound-Effekte sind echt schlimm. Und Level geschafft. Boah, die Musik, die tut im Ohr weh. Jetzt die Musik schon etwas besser. Ne? So, vielleicht was zu essen? Ja, geht doch. Das ist nicht unbedingt was zu essen, dass er... unsere Waffe... ...komm, nimm. So, piep. Komm, so, uh. Ja, jetzt habe ich mich selbst getroffen. Guck, hinein. Hopp. Oh mein Gott, noch einmal berühren, dann bin ich tot. Bist du vorsichtig. Hä? Nein. Oh, Glück gehabt. Hä? Vorsichtig. Komm. Hä? Nein. Nein. Ich wurde doch getroffen. Ah, schon wieder komplett leveliert von neu. Ja, komm. Ja. So, schnell durch. Hopp. Ja, komm. So, wieder vorsichtig. Na? Mist, muss ich jetzt hier durch? Aber klar, ey. Nein. Nein, runter. Geh hoch. Na, ey, toll. Hä? Ah, ein Leben. Na, halt schon fest. Na, ey, Idiot. Klatsch fest. Nein. Hopp. Soll ich das nehmen? Ah, komm. Lass mir das. Ich bin mir gleich tot. Da will ich jetzt nicht noch mehr... Ach so, ja, ein Level geschafft. Cool. Ja, die Musik geht. Ich tut echt dem Ohr weh. Hopp. Hopp. Nein. Ah, tot. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Ladders Play Germany. Und das war Aladdin 2 auf dem Mega Drive. Ziemlich ist das Sega Genesis. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.